hey leute was geht willkommen zu neuen video ja lehn hat es da und wir spielen wieder human voll flat ich hoffe euch gefällt die serie ja anscheinend ich nehme das rot ok zieh du beide mal auf der anderen seite raus ja ich war ich war gierig meinst du man kann rot im blau stecken und das blaue ins rote ich denke schon ich meine kabel sind ja kabel das ausprobiert die meins her wir müssen wieder raus der schalte funktionieren ja das macht natürlich sinn dass man eine leere box anschließen ja das ist das ist dann weil es strom messer jetzt das noch nicht auch egal kann man es auch ein bisschen ja denke schon ja aber diese wireless boxen ist ja unglaublich idee durch saving nein als die box warte mal gar im bier warte und die kabel ab was wir nicht so alles machen kann Oh! Das ist der Quick! Ähm... Ist der durch, oder? Liffen wir durch? Warte mal. Irgendwas? Ja. Ähm... Irgendwas, was wir hier gebrauchen können? Äh... Keine Ahnung. Ja, äh... Irgendwas müssen wir hier auf die Kiste stellen. Ja, warte mal. Ah, das ist für's Tor? Ähm... Hier ist eine Wireless-Kiste, aber... Warte mal. Ich hab ne Idee. Okay. Was dann? Das hat nicht funktioniert. Ich guck mal was eben... Oh! Hi! Okay. Na? So. So. Ich brauch erstmal Saft. Ja. Ja. Hör mal. Ich dreh mal die Kiste um. So. So. Jetzt steht sie falsch rum. Ja. Ich weiß ja auch schon mal. Strom ist drauf. So. Jetzt können wir den hier abziehen. Box mit rüber. Weil die ist ja gerade vollgeladen worden. Unser Akku. Ja. Hoffe. Ja anscheinend. Warte ich mal einen Generator. Oh oh. Generator. 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 Next Generation X. Ja. Du sollst hier... Ruhike lass den Boden los. Ja. Musst anmachen. Komm. Wie? Weiter, 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 weiter. Sag doch. Jetzt zugegangen? Warte ich hab die Kabel hier Fallschirm drin. Ach. Wäre zu lustig, wenn das aufs Grundfallschirm ist anschließend. Weiße gibt's. So. Voll. Mal. Nochmal. Ja. Falschem Anschließen macht lustige Scheiße. Ooohh! Joah! Oh mein Gott! Stapelgabler Stapelgabler Ähm Ich komm mal, ich komm mal wieder, ja? Die Idee, wir brauchen den Richtig zum Akku A4 hier Oh, du hast wieder zugefahren, scheiße Stapelgabler Ja? K Yup Töööö Gabe-stapler-fahrer Gabel-gabler-fahrer Gabel-stapler Stabel-gabler 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 Stabel-gabler-fahrer Stabel abziehen ohne das es tot zu geben Ja Ja. Gabelstopperfahrer mit der Gabelstapel prallt. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Hier steigern hast, Bruder Sozialprodukt. Stopp. Da. Sind ein paar Kabel abgefallen. Ja. Kaputt. Kapinski. Kapinski. Sparen Sie jetzt nicht einmal auf hier, das kann ja nicht wahr sein, dass das hier gut ist. Weil hier ein bisschen Strom darauf ist, jetzt noch ein Schwachsinn. Kann man auch dran reißen, obwohl das Ding aufgebockt ist? Nein. Ja. Kann man. Komm schon. Sein Mann. Komm schon. Nein. Gülle. Okay. Fahr nochmal hoch. Ja, warte mal. Ich muss den geiler Rad wieder anmachen. Ich muss das Ding erstmal abladen, Alter. Kann, ich kann in der Position, wie es jetzt gerade steht, nicht ziehen. Ja. 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 Ich muss nochmal hoch. Wie denn? Ja, weil wir das Ding hier unten drunter brauchen. Ja. Warte mal rüber. Ja, natürlich kommen wir da nochmal rüber. Ah. Oder, warte. Hm. Wirst du mit rüberkommen? Ja, das Ding fährt uns wieder hoch. Ja. Komm du nochmal rüber. Was ist das, wenn wir... Hier, komm her, Karim. Wenn wir uns auf... Stell ich mal auf das Ding da rauf. Sein Schalter? Ja. Was ist denn da noch zu über auf das? Was ist denn da noch zu über auf das? Was ist denn da noch zu über auf das? Woher zu hin? Das wollte eigentlich Absprungen, hat aber nicht so ganz funktioniert. Ok. Oh, warte! Hier ist die andere Schalter. Ich muss gleich das ding hier in Position halten, damit ich das... Ja. Ja, du die Kiste draufstellen kannst, ne? Fahr da einfach mit. Ja, gern dir. Karim. Oh, ja, sorry. Richtigst du mir die Kiste holen. Okay. Du hast eine einzige Aufgabe und vergeigst die, ne? Eigentlich habe ich sie nicht losgelassen. Neues Apple Update. Nice. Eben, wie nice das ist. Ja, die Kabel da oben hängen gut. Die hängen da sehr gut, ja. Was brauchen die? So brauchen wir aber auch die Box, die da hinten. Ja, warte mal. Jetzt fährt da die Box ins nichts. Richtig. Aber, ich habe nie. Ja. Ich habe auch nie gesehen. Ich häng' fest. Nein. Ich häng' fest. Ich häng' mit meiner Hand in... Ah, jetzt. Okay. Das ist schwieriger. Ja. Ja. Ich häng' wieder mal fest. Achst du wieder? Ja, klar habe ich schon mal. Achst du, kann ja auch nicht rum bin? Ja, mach ich gleich. Mach ich gleich ja. Warte mal. Ach, egal scheiß drauf. Wurde das andere Kabel? Der kann es ausmachen. Wählt jetzt die Box. Ja, wie machen wir das mit der Box? Holt werden. Halim, willst du wieder fahren oder soll ich fahren? Fahr du. Ähm, ja. Wir anmachen. Ja, okay, Moment. Da warte ich schon. Ich fahr' darauf, dass du sagst Stopp. Brauchen wir, wenn wir das Ding jetzt hier rüberkriegen. Mach's jetzt wieder an. Mach's doch aus. Okay. Mach kurz erstmal... Das rote Kabel kurz rein. Naja. Rüberkommen? Du willst nicht rüberkommen, du sollst... hier runterkommen. Okay, warte. Nochmal. Wollte ich's werfen. Ausfälligen Punkt hast du betätigt. Ich muss nur bis oben drauf. Dann kannst du das Ding automatisch wieder ausmachen. Ich hab' ne Idee, ich hab' ne Idee, ich hab' ne Idee. Vielleicht eins der Kabel da rein, in die Box reinmachen, irgendwie. Weißt du? Das andere... Dann kann man das ja hochziehen, oder nicht? Ich hab' ne Idee, ich hab' ne Idee, ich hab' ne Idee, ich hab' ne Idee. Ich hab' ne Idee... Keine Ahnung. Was passiert... Okay. Probier's mal aus. Warte mal Komm mal auf die Seite wieder rüber Und mach das der Aufwand gleich mal an Aber pack erst Ja egal die Boxspotter sowieso neu Hier spott alles neu Ich muss das andere Ende und dann rüberziehen Was hier unten ist nix ne? Weißt du wenn die Box erstmal hinstellt? Ja Ach lass doch los Ah warte mal Ich hab ne Idee Warte mal ganz kurz So Weißt du worauf ich hinaus will ne? Eins Mach mal Mach mal das Laufband wieder an Oder das Fließband Ja je nachdem Warte mal mach mal aus Mach mal aus Egal Jetzt ist es zu spät Mach weiter Mach weiter Ja gut die Box ist weg Ah das ist doch die Idee Du mein das Dass man das mit der Box macht weißt du Ähm komm wo bist du Ähm runtergefallen Jetzt hängt da das Kabel Komm mal an Ja Ich hab das Kabel schon hier drüben lassen Nachdem die Box abgefahren Ja aber ich bin Ich hang da ganz komisch Und runtergefallen Konnte nix wo hin Ja Warte ich komm da nicht grad nicht ran Warte Ey warte So jetzt Ich habe das weg Das ist zu spät Ja egal Machen wir später Oh Mensch Mach an Okay So du holst das Kabel Wenn du das Kabel verstrammt hast Ja okay Egal scheiß auf das Kabel Lass mal hier Ähm Moment Jetzt Also manchmal ist dieses Greifen ziemlich wichtig Ja Richtig Stop So Oh, okay. Brauchen wir wahrscheinlich diese Box hier. Die von eben, ne? Okay. Irgendwas, womit wir das versperren können. Warte mal, hier ist doch eine Tür, oder? Nicht bei uns? Doch, doch. Du kannst die Box durch beide Türen hinholen. Genau. Ja, oder so. Ich höre nur die Box einfach so. Jetzt kriegen wir sie wieder nicht. Na gut, dann holen wir sie durch beide Türen. Doch, ich hab sie. Okay. Ich hole dich kurz durch die Tür, ja? Komm, kurz durch die Tür durch. Auf geht's. Du musst das Ding noch mitnehmen. Vergesst nicht, rot und rot, ne? Und du steckst auf der anderen Seite blau und rot. Blau und rot, ja. Ach Gott, weil man erst mal die Box hinstellen. Ganz ausgekoppelt. Ja. Warum steckst du die hin? Dann kannst du es auch von oben reinschmeißen. Kein Witz. Musst du umstecken, musst du umstecken. Du hast, du hast rot und... rot und rot gesteckt hier in der Box. Ich weiß ja, ich... Achso. Hab ich nicht wusste, dass in dieser Box hier das alles rum ist. Achso. Na gut. Du sagtest ja nichts. Schieb rein. Steine. Oh. Kipplaster. Und Öfen. Ofen. Kann man da reingehen? Hier ist auch. Ich bin drin. Ich bin im Ofen. Ja, hier sind auch noch die Kohle da drin. Ja, ja. Na, und? Bin ich gebräunt, oder? Weiß ich nicht. Ich stecke hier mal noch einen Ofen fest. Mach mal den Stein da weg, sonst komm ich hier nicht. Muss, muss Bier hoppen. Erstmal muss der Stein da weg, sonst komm ich da nicht. Der nächste? Ja. Bewegt deinen Arsch. Okay, nehmen wir die Steine mit, die wir haben. Aber... Aber ich... Ich kann mir gut vorstellen, dass wir die vielleicht alle auf ein Level bringen müssen. Das war... Weißt du? Vom Ofen her. Okay, warte mal. Ich hole mal die Kohle aus dem anderen Ofen. Ich hole mal die Kohle aus dem anderen Ofen. Nimm mal die Steine hier weg. Ich hole mich in deiner Nähe. Okay. Okay. So. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier einen Cut. 30 Minuten sind schon wieder rum. Auf jeden Fall, danke Leute fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao. HalO. Runnin' on we'll go. ICES Not Raclee Not 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 Bis zum nächsten Mal.